Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich der Herr Abgeordnete Breiner gemeldet. Herr Abgeordneter, Sie kennen die Bestimmungen der Geschäftsordnung. Ja, so ist es, Frau Präsidentin. Ich berichtige tatsächlich, der Herr Abgeordnete Schmuckenschlager hat behauptet, ich möchte Wahlen abschaffen. Ich berichtige tatsächlich, ich habe diese Behauptung hier am Pult oder woanders nie getätigt. Erwin Breiner von der SPÖ mit einer tatsächlichen Berichtigung.